Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wildes Heidelberg. Ich bin Wilfried. Hallo, heute bin ich hier an der Mausbach, um euch ein paar schöne Plätze dieses wunderschönen Mausbachtals zu zeigen. Der Mausbach ist ein kleiner Bach, der von der Quelle bis an den Neckar fließt und auf dieser gesamten Strecke sich selbst überlassen wird. Ich habe diese Jahreszeit gewählt, weil die Vegetation noch nicht so weit fortgeschritten ist und man einfach an diesen Bach, an diesen Bachverlauf herankommt. Trotzdem sieht man jetzt schon, wie sich Pflanzen entwickeln. Man fühlt sich hier wirklich wie im Urwald. Berichtet man über das Mausbachtal, dann ist es ein absolutes Muss, ganz klingend notwendig, dass man über ihn hier berichtet. Unser und Feuer Salamander, der heimliche König im Mausbachtal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr über die Reptilien und Amphibien in Heidelberg. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.